Ja, jetzt kommen wir zu einem ganz großen Augenblick beim Sportverwahl. Denn kein Sportverwahl ohne die Altherren des SV Oberwultrach. Sie werden jetzt Zeuge eines einmaligen Erlebnisses unter Leitung von Dirigent Bommel Knatsch. Hören Sie die Zitronie Altbier 2, Kastenverzeichnis 3 in A8-Moll. Gute Unterhaltung. Viel Spaß! Vielen Dank. 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 Bevor wir jetzt ansagen, möchte ich aber bitte, dass die Männer erstmal die Strumpfhose verkaufen. Das ist ein ganz besonderer Anblick für den heutigen Abend. Bitteschön. Ich würde euch schon empfehlen, dass wir es ein bisschen runterziehen. Auf der Stolle? Tief, noch ein bisschen was? Ja, super! Wie noch über ein Bild machen zufällig. Irgendwo ein Selfies zufällig im Publikum. Oh ja. Ich glaube der Stolle hat den Bauch weg von einem Strumpfhose an. Wow! Ja, wäre schon ein bisschen reiner. Das sind eine so bella Schulung in der Kabine, aber das was der da macht. So. Jetzt seid ihr dabei, das wird schon mal. Alle zusammen! Mein, mein, Mann! Ja. 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 Ja, ich bin eigentlich nicht da, aber es ist okay. Jiby, wahrscheinlich noch ein bisschen langsamer mit der Stelle. Tatsächlich, die Stelle ist an seiner Nase tatsächlich größer. Also ich weiß nicht, ist sie ein wenig spitz oder was ist da? Nein, aber sie ist immer spitz. Ja, sehr, sehr schön. Das war's schon mit den Spielen von Mein-Mann-Kann. Lasst uns mal auf die Punktetapel schauen. So, jetzt schauen wir mal, jetzt rechnen wir da mal zusammen. Rechnen wir? Ja. Wir rechnen mal im On-Timmer, da ist es vielleicht ein bisschen leichter. Ja, wir fangen bei der Anja an. Ich glaube, das ist noch gar nicht so gut nach Hause. Das ist genau was, muss man sagen. So, dann machen wir mal den Stoltenweiger. Stolten, du hast zwar das letzte Spiel echt gut gefeiert, oder nicht? Ich glaube, ob du sie gefeiert hast. Stolten ist super, wirklich. So, jetzt bleibt's spannend, weil jetzt kommt der Sieger. So, jetzt rechnen wir mal. Leo, was heilt? Ich kann's auch auf. Ruhige, auf geht's. Großer Applaus für unsere heutigen Brüder und der Chemie. So, damit wir auch wirklich den heutigen, abgekündigten Preis noch vergeben können, bieten wir einmal das Siegerpärchen nach vorne. Ja, bitte. Siegerpärchen nach vorne. Also, das sieht ein bisschen furchtbar fühler aus, aber... Wir müssen es ja nicht mehr freuen. Ich schaue nur an euer Fürst an. Julia, guck mal, ich hab da zu viel. Ich guck. So, damit ihr euch immer an eure tolle Partnerschaft erinnert. An eure extreme tolle Bindung heute Abend, verleihen wir euch heute das offizielle Glas. Also, ich weiß nicht, irgendwie das Ganze dazu funktioniert. Ihr müsst nicht sehen, was offiziell ist, aber wir machen das. Ein Sektglas mit meint man kann. Und passend für den Mann, ein weißer Glas. Das war das unsere heutige, wahren Journal. Mein Mann fand ich, ob eure Männer kommen und was auch haben. Vielen Dank zum Mann!